Boah, Leute, heute wird es richtig lustig und spannend, denn Odi und ich spielen Braxy sagt in Murder Mystery 2. Und immer wenn ich sage, Braxy sagt, Odi, du musst stehen bleiben, dann muss er stehen bleiben. Und wenn er das nicht macht, hat er verloren. Und dazu gibt es ja noch einen Mörder, das ist ultra cool. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und mit dabei ist Odi! Das ist heute super einfach, Braxy! Okay, wir machen einen Test. Braxy sagt, spring! Braxy sagt, geh nach links! Komm zurück! Du hast verloren! Odi, Odi, ich habe doch gemacht, was du gesagt hast. Nein, du darfst das nur machen, wenn ich sage, Braxy sagt. Ach so, na gut! Okay, mach du mal bei mir. Sag, Odi sagt! Ähm, Odi sagt, Braxy spring in den Brunnen! Äh! Odi sagt... Oh, es geht los! Nein! Oh, Mann! Wir müssen die Map wählen, aber wir haben es verstanden, komm mit! Odi sagt, stopp! Oh, du Blödi! Du bist wieder dran! Sag, Braxy! Sag, Odi, sag, du bist wieder dran! Odi, sag, du bist wieder dran! Okay, äh, Military Base oder Biolab? Was wollen wir nehmen? Ich will Military Base! Okay, komm! Oh, weißt du, was das Coole ist? Hä? Wenn einer von uns der Mörder ist, dann kannst du mich nicht umbringen! Oh, Mann, ey, du hast recht, Braxy! Es geht gleich los, es ist so spannend! Ich hoffe, ich werde der Mörder, Leute! Lass! Oh, es geht los! Oh, bin ich unschuldig? Bin ich... Ich bin unschuldig! Äh, ich auch! Okay, Braxy, sag, sag die Wahrheit! Bist du unschuldig oder nicht? Muss ich wirklich? Ja, du musst! Ja, ich bin unschuldig, Braxy! Wirklich? Ja, hab ich doch gesagt! Man muss doch machen, was du sagst oder nicht! Richtig! Äh, wo bist du? Ich bin in irgendeinem Luftschacht! In einem Luftschacht? Ja, und jetzt geh ich runter und jetzt, ähm, bei so... Bist du unten? Ich such dich gerade... Oh, hier ist ein rotes Licht! Äh, äh, wo bist du? Ey, da ist ein Mörder! Ist der hinter dir? Oh, komm zu mir, schnell! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, Braxy! Braxy, sag, stehenbleiben! Oh, Mann, du Blödmann! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Okay, Braxy sagt, komm schnell, lauf! Lauf! Oh, Braxy, lauf, lauf, lauf! Okay, Odi, beeil dich! Bleib stehen! Oh, reingelegt! Oh, du Doofkopf, du musst laufen! Oh, du hast recht, du Blödmann! Der Mörder ist da, der Mörder ist da! Der ist direkt hinter dir! Braxy, lauf! Oh, komm hier hoch, komm hier hoch! Ja, ja, ja! Will da nicht hoch, Blödmann! Braxy, sag, komm hier hoch! Oh, Mann! Oh, der Mörder kommt gerade, Braxy! Er kommt, er kommt, er kommt! Er kommt nicht hoch! Ha, ha, ha! Haha, du ein Blödmann! Pass auf, er kann das Messer werfen, Odi! Er wirft, er wirft, versteck dich! Du sagst nicht, Braxy, sag! Braxy, sag, versteck dich zu mir, schnell! Okay, oh, das war gut, Odi, da, oh, hier kommt Luft raus! Geh weiter nach hinten, Braxy, sag, geh weiter nach hinten! Oh, komm, Braxy, sag, lauf! Oh nein, du bist gestorben! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mann, du Blödmann! Ich hab versucht, dich zu retten, was kann ich denn dafür? Hast du's geschafft? Ich hab überlebt! Oh, Mann, Braxy! Wo ist denn der blöde Sheriff? Äh, ich hab keine Ahnung! Oh, da ist sie! Oh, er wirft auf mich! Oh, oh, Vorsicht! Oh, Mann, der Sheriff schießt nicht auf ihn! Sheriff, beeil dich! Was macht er da? Oh, Sheriff! Oh, oh, nein! Oh, er hat nicht was getroffen! Oh, oh, oh! Vorsicht! Da lieg ich, Braxy! Mann, Odi, das tut mir aber leid für dich! Oh, oh, ich glaub, der Mörder kommt gleich! Was macht denn der Sheriff da? Der ist voll schlecht! Oh, ich muss aufpassen, ich muss das gewinnen! Der trifft nicht mal! Gib mir die Waffe, du blöder Sheriff! Oh, oh! Oh, das war gut! Jetzt muss ich hier runter! Oh, ah! Nein! Oh, Mann, Braxy! Tut mir leid, Odi! Okay, Odi, komm mit! Du hast verloren! Ach, du hast recht! Ich komm nicht mit! Braxy sagt, geh zu dem Osterhasen hier! Mann, der ist voll hässlich! Okay, Braxy sagt, sing ihm ein Lied! Oh, Tannenbaum! Oh, oh Mann, ein Taum! Oh, Mann, ein Taum! Wie schön sind deine! Das war lustig! Okay, es beginnt eine neue Runde! Braxy sagt, komm mit! Na gut, Braxy! Hm, welche Map nehmen wir jetzt? Hm, ähm... Boah, Bank sieht cool aus! Oder Workplace? Ich will Hotel! Hm, Braxy sagt, du willst Bank! Nein, ich will... Oh Mann, ich will Hotel! Und Leute, wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi spielen wollt, dann lasst einfach ein Like da und abonniert den Kanal! Stimmt's, Odi? Genau, Braxy! Okay, es geht los! Es geht los! Oh, was bin ich? Oh Mann, ich bin schon wieder unschuldig! Nein, Leute! Wo bist du, Braxy? Ich bin der Mörder, aber das weiß Odi nicht! Hallo, Odi! Hallo, Braxy! Ähm, ich würde sagen, Braxy sagt, komm mit! Na gut, bist du unschuldig? Ja, klar! Natürlich bin ich unschuldig! Wo ist denn der Sheriff? Hm, ich habe keine Ahnung, Braxy! Braxy sagt, such den Sheriff für mich! Na gut, hallo, ist hier jemand der Sheriff? Wir müssen den Sheriff finden! Hm, ich sehe den Sheriff nicht! Ich auch nicht! Hm, hallo, Sheriff! Du musst den Sheriff finden, Odi, nicht vergessen! Ja, Braxy, such doch schon! Ah, Sheriff! Hm, siehst du den Sheriff, Braxy? Nein, ich sehe den Sheriff nicht! Wo ist der? Ich habe keine Ahnung! Oh Mann, oh nein, Odi, hier liegen Leichen! Hä, warum das denn? Weiß ich nicht! Du bist der Mörder! Nein, du warst ja alleine! Du bist der Mörder! Hm, hm, bin ich nicht! Äh, doch, du warst ja alleine! Äh, geh weg von mir, du Blödmann! Ich bin nicht der Mörder! Doch, ich bin jetzt weg! Und ich glaube, der Sheriff ist hier oben! Äh, wo ist denn der Sheriff? Hm, ich glaube, oben! Sie will hier Büroarbeiten machen! Wirklich? Hm, ich glaube schon! Äh, okay! Äh, 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 ups! Braxy! Ich war nicht der Mörder! Okay! Ich habe es genau gesehen! Aber der Sheriff ist oben bei den Büroräumen, da wo du gerade hingelaufen bist! Wirklich? Ja, und sie wartet mit einer Pistole auf dich! Ist sie denn? Hm, rechts neben dir! Bist du taub? Wirklich? Nein! Ich glaube, sie ist nicht mehr! Ich habe gewonnen! Das ist voll unfair! Das ist nicht unfair! Das ist Kill! So! Gelogen, du Blödmann! Aber das ist doch nur ein Spiel! Vielleicht bist du ja gleich der Mörder! Aber Braxy sagt, du sagst mir ab jetzt immer die Wahrheit, okay? Na gut! Hast du schon mal gepupst? Ja! Hast du schon mal an deinem Pups gerochen? Ja! Ich auch! So! Wir in dem Hotel! Oh! Hä? Oh nein! Okay! Jetzt glaube ich spielen wir... Was spielen wir jetzt? Ich soll dir doch immer die Wahrheit sagen, Braxy, oder? Mhm! Deine Frisur ist blöd! Oh! 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 Deine Frisur ist cool! Äh! Bist du Mörder? Nein! Und was bist du denn? Unschuldig! Äh! Braxy sagt, sag die Wahrheit! Unschuldig! Okay! Wo bist du? Hinter dir! Hä? Oh! Pass auf, Udi! Wir müssen zusammenbleiben! Braxy sagt, du bist ab jetzt mein Schutzschild! Na gut! Oh Mann, ey! Seit wann läuft... Das ist voll unfair! Du musst vor mir laufen, du bist ein Schutzschild! Wie soll ich vor dir... Ah! Ich bin zuerst gestorben, ich war dein Schutzschild! Oh Mann! Oh Mann, Odi, du hättest doch auf mich aufpassen sollen! Ach du Blödmann, du bist einfach stehen geblieben! Was soll ich denn machen? Ich bin doch schon vor dir gestorben! Okay, in dieser Runde darfst du Odi Sagt sagen! Und ich mach alles, was du sagst! Odi sagt, Braxy, ähm... Tu so, als ob du der Kuh bist! Odi! Nein, du musst! Wir gehen nicht ins Haus! Die sind am Rasen und essen Gras! Odi sagt, komm zu mir, Braxy! Ich lauf dir doch schon hinterher! Jetzt komm doch! Ich hab gesagt, komm zu mir! Mann, du musst ja aber auch stehen bleiben! Nein! Odi sagt, komm zu mir! Mann! Odi! Okay! Odi sagt, stopp! Ja! Odi sagt, geh zu dem Fangirl hier und gib ihr einen Kuss! Nein! Odi, bitte! Haha! Braxy und Fangirl sitzen auf dem Baum! Knutschen rum! Das kommt man kaum! Mann, Odi! Odi sagt, komm mit! Bring die runter! Hä? Oh Mann, Odi! Okay! So! Mann, das war, glaube ich, keine so gute Idee, Odi! Odi sagt, pupst die an! Hä? Okay! Du hast dir voll eingefuhrt! Ja, weil du das gesagt hast! Odi sagt, wir gehen jetzt in die nächste Runde! Hä? Okay, aber das kann ich doch gar nicht beeinflussen! Cut! Es geht weiter! Haha! Hab ich doch gesagt! Okay, Braxy! Wie viel prozentige Chance hast du zum Mörder zu sein? Ich glaube, gar nicht so hoch! Weiß ich nicht! Odi sagt, bist du unschuldig? Ja, auf jeden Fall! Na gut! Das ist schon mal interessant! Odi sagt, spring da rein! Ich bin der Sheriff! Äh, Odi! Ich bin der Sheriff, du Dussel! Odi sagt, komm hoch! Ich kann auch hier drinbleiben für immer und ewig! Wo ist der Mörder? Okay, Odi sagt, du wirst mich jetzt beschützen, Braxy! Und sobald du den Mörder siehst, musst du schießen! Okay, Odi, ich kann das! Und Odi sagt, auch wenn du mich nicht beschützt und den Mörder nicht erledigst, dann musst du, Odi, ähm... Äh! Mann! Oh Mann! Musst du, Odi, hunderttausend Robux geben! Das war mal ein Schuss in den Ofen, Odi, weil du mich abgelenkt hast! Nein, du bist einfach nur schlecht gewesen! Oh Mann, Leute, aber Odi und ich müssen jetzt auf ein weiteres Abenteuer, und zwar nach Hause! Schau das Video weiter an, es wird jetzt richtig spannend! Komm mit, Odi, wir müssen gehen! Boah, Freunde, heute müssen wir den Mörder überleben zusammen mit Odi und es geht schon los! Boah, wer wird der Mörder, Braxy? Ich hoffe, ich nicht! Boah, Glück gehabt! Jetzt müssen wir schleunigst verschwinden, Odi! Du hast recht, Braxy, Odi, schau mal, wie gruselig der aussieht! Oh nein, er sieht aus wie ein Huhn! Das ist ein Huhn, Mörder! Hier bist du, bleib bei mir, bleib bei mir in meiner Nähe! Mann, wir müssen Sachen hier einsammeln! Hier, hier ist was, hast du es eingesammelt? Ja! Okay, wir müssen aufpassen, der ist nämlich gefährlich! Ja, denkst du? Mhm, wir haben fünf Minuten Zeit, wir müssen richtig lange überleben! Hier ist noch ein Pferd! Da ist er! Er kommt, er kommt! Oh, er ist hinter mir, Odi! Nein, er hat mich! Oh nein, Odi! Oh, mich auch! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Komm schon, Leute, einer muss mir helfen! Mir auch, bitte! Hier baubt jemand! Ich glaube, nur wir zwei waren hier, Brex, hier! Mann, wie kam der denn direkt zu uns? Das ist voll unfair! Hier muss doch irgendwo einer sein! Hey, hier rechts war einer gerade! Wirklich? Ja, hier in der Höhle! Hilfe! Mann, er wurde auch erledigt da oben! Mann, ich komme da nicht mal hoch! Oh Mann, ey! Ich bin tot! Der Mörder ist viel zu stark! Nein! Mann, der Mörder hat uns besiegt, Odi! Wo bist du? Oh Mann, ey! Ich bin wieder hier am Start! Ich auch! Naja, Freunde, ihr habt jetzt das Spiel verstanden! Odi und ich müssen nämlich den Mörder entkommen! Und versuchen, so lange wie möglich zu überleben! Und dabei müssen wir ganz viele Gegenstände einsammeln! Stimmt's, Odi? Genau, Brex hier! Geh mal zum Shop hier! Kann man was kaufen? Ich habe 400 Münzen! Hm! Oh, schau dir mal die ganzen Mörder an, die du dir kaufen kannst! Oh, voll gruselig! Hm! Kann mir ein Schwert kaufen! Aber ich glaube... Warte mal! Das kostet 800! Ich habe nur 400! Ich kaufe mir das lila Schwert! Oh Mann, gibt's ein gelbes Schwert? Warte mal! Es gibt kein gelbes Schwert, nur dieses Gold-Grad-Messerschwert! Höllig! Ja, mein Noon! Gelb ist meine Lieblingsfarbe! Odi, was ist da? Schau mal! Wie cool! Das hast du, glaube ich, auch, Brexie! Das ist so ein OP-Schwert, was wir mal bekommen haben! Wirklich? Stimmt! Hier! Schau mal! Wir müssen das benutzen! Das ist ein OP-Schwert! Oh, wie cool! Jetzt habe ich auch was gelbes! Haha! Odi, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist natürlich lila! Und rate, was meine ist! Äh, blau! Hä? Odi, rate ordentlich! Was ist meine Farbe? Natürlich gelb, du Blödsinn! Richtig! Meine Lieblingsfarbe ist gelb! Leute, was ist eigentlich eure Lieblingsfarbe? Schreibt es mir unten mal in die Kommentare! Das ist echt voll spannend! Aber gleich müssen wir in zwei Minuten den Mörder entkommen, Odi! Setz dich hin! Ich habe eine Geschichte zu erzählen! Hä? Ich sehe den Mörder, Brex hier! Lass ihn mal zugucken! Oh nein, er läuft hier hinterher! Oh oh! Oh, er hat sie hier! Mann! Oh, kein Überlebender mehr! Er hat alle gefangen, Odi! Wir haben verloren einfach! Egal, in 35 Sekunden geht es wieder los! Und dann werden wir uns verstecken vor dem Mörder! Ja, genau, Brex hier! Sehr gut! Odi, der Mörder wird ausgewählt! Ich hoffe, nicht ich! Oh, Glück gehabt! Nicht ich! Sieht der Mörder aus! Ich habe Angst, Brex hier vor dem Mörder! Es ist ein Horrorclown! Oh nein, der Horrorclown schon wieder! Oh, verflucht Odi! Der verfolgt uns überall hin, der Blödmann! Wo bist du, Odi? Wo bist du? Ich bin im Keller! Im Keller? Ich bin irgendwo oben! Oh, hier ist eine Spitzhacke! Die kann ich mitnehmen! Und dann gehe ich hier durch! Hier, da bist du! Okay! Wie können wir eigentlich schleichen, Odi? So! Und wie hast du das gemacht? Mit Schiff! Oh! Ich dachte gerade, dass hier das Mörder ist! Lass uns mal raus! Da liegt einer auf dem Boden! Ich glaube, wir jetzt sind... Da liegt einer, Brex hier! Wir müssen ihn retten! Bist du sicher, dass wir ihn retten wollen? Na klar, wir müssen doch ihn retten, weil sonst retten die uns auch! Okay, komm! Wir sind nämlich gute Leute! Es wird rot, Odi! Es wird rot! Oh! Okay, das wird nicht mehr rot! Wo ist der hin? Wurde er etwa schon gerettet? Kann sein! Hey, na? Wer bist du? Schau mal, ich habe eine Energiespule bekommen! Wo bist du denn? Hier, hinter dir! Guck mal hier! Wie cool! Nimm das mal! Okay! Das müssen wir irgendwo hinbringen, damit wir Licht anmachen können! So sicher? Bestimmt! Hey, was ist hier im Schacht drin? Hier ist ein Klo einfach nur! Hier kannst du was aufheben! Ich habe meinen Beutel schon voll! Wirklich? Mhm! Vielleicht hier hoch, Brex hier! Oh, habe ich mich erschrocken! Hier? Hast du schon was gefunden? Hier ist falsch! Wo bist du? Nee! Ich komme jetzt zu dir! Du musst doch nur hier hochgehen! Undi, was machst du da? Mann, wo bist du? Ach, da bist du! Komm mit, schnell! Hier ist ein Energie... Nochmal eins! Was ist hier drüben? Hä? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Der Merder ist abgehauen, Brex hier! Haha! Mega cool! Das Eier ist super easy! Und wir haben sogar Münzen bekommen! Genau! Leute, das war mega affen cool! Äh, Odi? Mh, was denn? Mh, du stinkst! Tick, du bist! Warte, du Blödmann! Ich werde gleich den Mördern, aber ich dich... Aufessen, du Blödmann! Oh, das hast du jetzt nicht gesagt! Geh weg! Bleib stehen! Ha! Ausgetrickst, du Blödi! Na, komm her, du Blödmann! Ich erwisch dich noch! Was gibt's denn hier? Ecker! Hm, was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir? Wasseraufbereitungsanlage! Ich hab das links oben genommen, das sieht aus wie so... Ach, okay, Wasseraufbereitungsanlage! Was soll man mit einer Anlage? Du kannst nicht mal reden! Mann, ich lesen ist voll schwer, du Blödmann! Die, die, die hat mir ein Schwert gegeben, glaube ich! Wie, die hat dir ein Schwert gegeben? Oh, oh, Mörder ist... Oh, die! Hä, schon wieder der? Das ist voll unfair, ist das das Chicken gewesen? Mhm, der ist schon wieder der Killer! Oh, der war übelstark! Genau, aber jetzt ist unsere Zeit zu beweisen, dass wir besser sind als er, oh, die... Das ist recht, Brexy, komm schon! Bist du? Wo bist du? Oh, ich bin in einem Schacht oder so! In einem Schacht? Ja! Hä? Oh! Ich bin oben, ich geh mit meiner neuen Freundin! Ah, du hast eine Freundin, es ist rot! Bei mir nicht, wo bist du denn? Oh nein! Oh, ich sehe Odi, Odi, ich komme! Nein! Odi darf nicht, oh, es wird rot, es wird rot! Nicht unterm Kopf! Er kommt, er kommt! Lexi! Hilf mir! Ich komme, Odi, ich bin da, ich bin da! Bleib stehen, ich bin da! Bleib doch stehen, du Blödmann! Hilf mir! Komm! Danke! Lauf, lauf, Odi, lauf! Oh, es wird rot, es wird rot! Da ist der Mörder, komm zurück! Bist du sicher? Der Mörder war gerade da oben! Achso, dann ist er ja nicht hier! Bist du? Ich weiß nicht... Oh, da ist er, lauf! Lauf, lauf, lauf! Oh Mann, ey! Ich hab dir doch gesagt, der ist da unten, du Dummbrück! Komm hier rein, komm hier rein! Geh runter, geh runter! Sehr gut, Odi, jetzt gehen wir den Leuten helfen, komm! Na gut! Es wird... Da ist der, da ist der Mörder, ist da unten! Okay! Jetzt hier runter springen und dann den helfen, los! Komm schon, steht auf, steht auf, steht auf, steht auf! Er kommt, er kommt, lauf! Lass sie! Lass sie! Bringsi, lauf! Ich laufe mein Leben, ich laufe mein Leben! Er kämmt hier einfach! Oh, mit dem Energiebeutel kannst du Leuten helfen, Odi! Ehrlich? Ja, mit dem Generator! Dann helf mir, du doof Kopf! Den hab ich aber nicht, du Dussel! Oh Mann, ey, was kannst du eigentlich? Oh, er kommt hier! Er kämmt hier, Brex hier! Ich weiß, ich weiß, ich weiß, Odi, ich weiß! Sie hat mich gerettet! Der jagt mich, Odi, der jagt mich! Sie hat uns gerettet! Ah, er hat mich, Odi! Ich komm dich, ich komm dich beschützen, Brexi! Wo bist du? Ehrlich, Odi! Ist er noch bei dir? Weiß ich nicht, ich seh rot... Ich bin im Schacht, ich bin im Schacht irgendwo! Ich komm ganz langsam zu dir! Bleib stehen! Komm zurück, du Dummkopf! Da bist du ja! Oh Mann, mein Fuß tut weh und mein Arm tut weh! Oh, meine auch! Komm, wir gehen hier durch! Komm, komm, komm! Hier sind wir in Sicherheit! Lass das mal öffnen, was passiert denn dann? Okay, dann kommt Wasser, Brexi! Aber das hat... Es wird rot, es wird rot! Oh, no! Komm hier hoch, schnell! Ich bin schon... Oh, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht! Oh, er ist hinter mir! Odi, er hört mich schon wieder! Du bist echt... schlecht! Ich komm zu dir, Odi, ich geh durch die Tür wieder! Ich bin jetzt weg von ihm! Oh Mann, ey! Da kommt er wieder! Lauf, lauf, lauf! Was will da von mir? Was will da von mir? Oh Mann, ey, Brexi, er will uns aufessen! Komm hier durch, komm hier durch, komm hier durch! Wir sind in Sicherheit, komm hier durch! Na los, na los! Nein, wir sind nicht in Sicherheit! Lauf, Odi! Wir sind weg, hier! Wir müssen ihn austricksen! Nein! Nein, nein, er hat Odi, er hat Odi, der Blödmann! Blödmann hat Odi! Er darf Odi nicht... Ah! Oh Mann! Odi! Kannst du nicht geschafft, du Dummbarzt! Egal, lass uns den anderen zuschauen, komm schnell mit! Hm? Und ich schau mir jetzt den Mörder an, hinsetzen! Ah, der Blödmann, der ist echt gut, Odi! Oh, der ist echt gut! Oh, der läuft dem hinterher! Der hat ihn gleich! Der trickst ihn aber gut aus, der trickst... Nein, er hat ihn! Oh Mann, warum ist der so gut? Der ist echt gut, Brexi! Hm, okay, ich hoffe, noch eine Minute, dann schaffen es die anderen und dann haben wir gewonnen, Odi! Du hast recht, Brexi! Oh nein, er läuft ihm hinterher! Ich glaube, er hat ihn gefunden! Ich glaube, auch er hat ihn! Oh Mann, ey! Na, flucht noch mal! Mann, Leute, wenn ihr mal zusammen mit uns den Mörder besiegen wollt, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da, denn wir spielen auch sehr oft mit unseren Zuschauern und es macht richtig viel Spaß! Oh, lauf! Lauf um dein Leben! Bitte, lauf! Du bist schneller als er, du musst doch nur laufen! Und er hat ihn! Dann noch 30 Sekunden und dann entscheidet es sich, sind wir die Sieger oder der blöde Mörder? Die Türen haben sich geöffnet! Aha! Einer ist entkommen! Ja! Die sind entkommen! Wir haben es geschafft, Brexi! Leute, das war es jetzt erstmal mit den Mördernden! Und Odi und ich haben eine andere Mission! Stimmt's, Odi? Genau, Brexi! Ich habe keine Lust mehr auf Horrorclowns! Apropos Horrorclown, wir müssen jetzt wieder zu einem Horrorclown und wir brauchen deine Hilfe! Also schau das Video bis zum Schluss! Komm mit, Odi! Na los! Oh, Leute! Brexi, wir müssen uns beeilen! Ich weiß, komm schon! Oh, siehst du den Horrorclown? Oh, ich will gar nicht reingehen, Brexi! Aber wir müssen, sonst werden wir aufgefressen! Du hast recht! Okay, komm! Wir müssen hier durch! Du musst dich beeilen! Aber... Wow, hast du das gehört? Das war richtig gruselig, Brexi! Ich glaube, wir müssen in die Gruselbahn einsteigen! Aber der wird nicht losfahren! Wir müssen hier raus! Komm mit! Wir müssen hier rüber gehen! Oh, schau dir das an! Wow, Brexi, wir müssen uns beeilen! Siehst du, da ist ein Luftballon da drüben! Siehst du den? Oh, ich sehe ihn! Okay, wir müssen rüberspringen! Sei vorsichtig! Hier ist Lava! Sollten wir das Lava berühren, werden wir sterben! Aufpassen, Brexi! Ich hab's geschafft! Wo bist du? Ich bin genau hinter... Ich war hinter dir, du Blödmann! Bist du runtergefallen? Das ist gar nicht witzig! Komm schon, der Clown kommt gleich! Und wenn der uns gefangen hat, dann kommen wir hier nicht mehr raus! Hier ist ein Luftballon! Warte mal, denkst du... Oh, der Luftballon bewegt sich! Brexi von selbst! Er ist geplatzt! Der ist hier unten geplatzt! Was ist hier? Wow! Schau mal! Hier sind Zähne, Odi! Oh, ich glaub, wir sind im... Ist das der Bauch von dem Clown? Ich glaub schon! Wir müssen vorsichtig sein! Wir dürfen da nicht reinfallen! Warte! Und hier! Und... Sprung! Hier sind Luftballons! Das schaffst du, Odi! Oh! Die Luftballons machen Geräusche! Die quietschen! Wie cool! So! Hier rüber! Komm schon, Brexi! Nicht runterfallen! Und... Sprung! Oh! Das war knapp! Komm schon, Odi! Hast du's geschafft? Ich bin da! Ich bin da! Schnell! Hier durch! Siehst du wie eine Art Boiler Room? Hä? Was... Oh! Odi! Schau mal! Da ist Feuer überall! Wir müssen warten, bis das Feuer weggeht! Komm! Und... Los, los, los! Lauf, lauf, lauf! Odi! Du musst vorsichtig sein! Na gut, ich komm schon! Und... Und... Los, 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 los! Und... Los, 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 Odi! Los, 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 los! Ah! Okay! Geschafft! Müssen wir hier rüber springen! Oh! Das sieht so tief aus! Schau mal! Da unten ist Nebel! Da ist richtig viel Nebel! Das heißt, dass da... Das geht voll weit nach unten, Brexi! Ja! Deswegen müssen wir vorsichtig sein! Schau mal! Das sind Hände, die uns packen! Oh! Das sind die Clowns Hände, Brexi! Okay! Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt beeilen! Der Clown könnte jeden Moment hinter uns sein! Und dann sind wir für immer eingefangen! Oh! Nee! Das will ich nicht, Brexi! Du weißt doch, ich bin ein Angsthase! Ich weiß! Ach so, Leute! Wenn du mal zusammen mit mir und Odi spielen möchtest, Roblox, musst du nur den Kanal abonnieren und ein Like da lassen! Und schreib mir gerne deinen Roblox-Namen unten in die Kommentare! Denn ich will ganz viele Freunde haben in Roblox! Okay, Odi! Wir müssen uns konzentrieren! Weiter geht's! Schau mal! Warte! Und... Lauf, 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 lauf! Stopp! Und... Lauf, 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 lauf! Stopp! Ah! Odi, hinter dir! Wow! Was ist das? Wer ist das denn? Wie sieht der denn aus? Mann, der ist voll gruselig, Brexi! Okay, egal! Wir müssen hier schnell rüberspringen, so wie der! Der ist ja richtig schnell! Das ist ja richtig krass, wie der das gemacht hat! Okay! Vielleicht kennt der sich hier schon aus, Brexi! Nein, ich bin unten! So! Und jetzt nach oben, Odi! Komm! Ja, ich komm schon! Was geht jetzt denn? Aua, ich bin runtergefallen! Kann ich auf dich warten? Nein, mach weiter, Brexi! Und... Ich bin gleich oben, Odi! Beeil dich bitte nicht, dass der Clown kommt! Ja, ich beeil mich schon! Und... Oh, oh! Ich bin fast runtergefallen! So! Hier hoch! Oh, Leute, das ist echt schwierig! Ihr müsst das unbedingt auch ausprobieren! Wow! Das war ganz knapp, Odi! Ich warte hier auf dich! Ich bin gleich da, Brexi! Du schaffst das, Odi! Ich glaub an dich! An unsere Freundschaft! So! Oh, perfekt! Okay, Odi, das ist ein ganz dünnes Rohr! Oh, oh! Wir müssen hier balancieren! Das schaffen wir! So! Und jetzt hier rüber! Oh, Vorsicht, 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 Brexi! Nicht runtergucken! Schau mal, wie tief das geht! Nicht runtergucken, hab ich gesagt! Okay, ist ja gut! Beruhig dich! So! Hier rüber! Oh, wir haben's gleich, Odi! Und, lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Oh, das war knapp! Oh! Komm hoch! Wir haben's geschafft! Oh, wir haben's echt geschafft! Oh! Oh! Du blöder Clown! Kannst du uns gar nicht! Es geht weiter! Oh, ich glaub, ich hab' ihn grad gesehen! Beeil dich, Brexi! Schau mal, hier sind Segen! Oh, nein, Odi! Du solltest doch nicht berühren, du Trottel! Mann, ey, das ist voll schwer! Rüber! Okay! Und rüber! Und rüber! Rüber! Sehr gut, Odi! Das erwartet uns! Wir müssen da durch! Ich will da nicht durch! Wir müssen da hoch! Oh, nee! Warte mal, ist das schon die Freiheit? Hä? Nein, das ist nicht die Freiheit! Ich glaub, es geht weiter, Brexi! Ich kann einen Clown hören! Geh auf das Riesenrad! Beeil dich! Der Clown kommt! Ah! Wow! Ah, hier ist ein Clown! Oh, weiß ja! Lauf zum Riesenrad, Brexi! Ich lauf ja schon! Odi, komm! Der hat mich! Oh, mich auch! Aber wieso hat er mich? Oh, Mann, der ist voll schnell, Brexi! Okay, lauf, Odi! Komm schon, komm schon, komm schon! Austricksen! Und zum Riesenrad! Los, 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 los! Ich komm schon! Oh, Mann! Der hat mich schon wieder, Odi! Ich leb noch, ich leb noch, Brexi! Du schaffst das! Los! Du musst unbedingt zum Riesenrad, Odi! Lauf! Bist du drauf? Ich bin drin! Oh, er ist mit ins Riesenrad gekommen! So ein Blödmann! Ich bin drin! Erst! Ich hab's geschafft, Odi! Haha! Ich bin in Korn! Oh, der Rot! Ich komme, Brexi! Beheil dich, Odi! Du schaffst das! Muss ich denn jetzt hier raus? Odi, wo bist du? Mann, es ist voll schwer! Ich glaub, ich muss hier... Ah! Oh, nein! Ich bin runtergefallen, Odi, komm! Oh, Brexi! Nein, ich bin runtergefallen, Odi! Och, Mann, ey! Ich hab's, Brexi! Ich hab's! Sehr schön! Du schaffst das, Odi! Ich schaff das auch! Leute, er wird mich niemals kriegen! Der blöde Mann! So, und hier rein! Oh, geh weg! Ah! Mann, Odi! Mann, was kam ich denn dafür? Jetzt aber! Jetzt schaff ich das! Und nach rechts laufen! Ich warte hier oben auf dich, Brexi! Bist du schon oben? Ich bin oben, ich bin oben! Sehr schön, Odi, sehr schön! Okay, ich muss jetzt einfach dieses Riesenrad hier nehmen! Ha! Oh, Mann, Odi! Mann, beeil dich! Der kriegt mich die ganze Zeit! Okay, ich muss da weglaufen! So! Oh, 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 oh! Ah! Der ist hinter mir, Odi! Lauf, Brexi, lau! Oh, 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 Odi! Was soll ich tun? Laufen und ins Riesendrad streichen! Das sagst du so einfach, du Blödmann! Der ist direkt hinter mir! Du hast es doch schon mal geschafft! Ja, aber das ist jetzt schwieriger, als du denkst! Oh, Mann! Odi! Soll ich runterkommen? Nein, du kannst mir doch nicht helfen! Jetzt schaff' ich das! Ich schaff' das! Er kriegt mich nicht! Odi, ich schaff' das! Glaub an mich! Gib Gas! Ich glaub' an dich! Und Sprung! Mann! Oh, Odi, ich hab's geschafft! Aber wo muss ich jetzt hin? Na, endlich! Jetzt komm erst mal hoch! Du musst erst mal hochfahren! Und dann kannst du hier gleich rausspringen! Siehst du mich hier? Okay, wie spring ich da jetzt raus? Warte, warte! Einfach rausspringen! Einfach zu mir! Jetzt spring, spring! Wow, geschafft! Okay, wir sind den Clown entkommen! Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein! Oh, oh! Wenn das jetzt bricht, das ist nur Holz, Odi! Was dann? Dann fallen wir runter zum Clown! Deswegen beeil dich! Ich geb' mein Bestes! So, ich bin da! Jetzt müssen wir hier raufspringen! Wir sind wieder die lustigen Ballons, Braxy! Da, und Sprung! Und jetzt müssen wir hier hochgehen! Hä? Was will der? Es gibt nur einen Weg nach unten! Springe auf die Dropfahrt! Was meint er damit? Kann das nicht, Braxy! Das Ding hier fährt ganz schnell nach unten! Wo sollen wir denn raufspringen? Wir müssen da drauf! Ah, okay! Oh, ich sitze! Sitzt du auch? Ja, ich sitze! Wow! Wow! Hör, das geht wieder hoch! Aua! Hast du das gehört, Braxy? Das war der Clown! Der muss hier irgendwo sein! Das war der Killer-Clown! Beeil dich! Boah, schau mal, hier sind Fallen! Okay, warte! Warte! Und lauf! Aua! Oh nein, die Fallen haben dich, Odi! Komm schnell! Und lauf! Oh, sehr schön! Okay! Oh, nein! Und nein! Und nein! Oh, ich trau mich nicht! Komm schon, komm schon! Du musst springen! Ah, so! Sehr gut! Wow! Schau mal! Das sind voll die großen Klingen! Egal! Wir müssen hier... Jetzt! Lauf! Und lauf! Und lauf! Aua! Das hat weh getan! Oh, Braxy! Ich kann da doch nichts! Ich muss von neu anfangen! Ich auch! Ich hab's auch nicht geschafft! Okay, Odi! Los! Und los! Du schaffst das! Ich hab's schon! Ich bin hinter dir! Komm schon! Sehr schön! Aua! Odi, komm! Ich warte hier auf dich, okay? Ja, ich beeil mich! Oh, hier sind so Morgensterne! Und da... Da ist, glaub ich... Der Ausgang, Odi! Beeil dich! Komm schon! Wo bist du? Ich komm, Braxy! Ich komm! Ich seh dich! Sehr schön! Nur noch einer! Jetzt! Ah, hä? Mann, Odi! Es ist zugegangen so schnell! Ich geh mal weiter, okay? Okay, geh weiter! Ich komm sofort nach! Und... Los geht's! Und... Aua! Oh, in den Abgrund bin ich gefallen! Ach, Braxy! Was denn? Aua! Das hat schon wieder wehgetan! Mann, das ist blöd! Nein, ich möchte kein Dino kaufen! Und... Rüber! Ey, Mann! Odi! Ich komm schon! Und... Rüber! Oh, oh! Das ist doch voll einfach, Brax! Aua! Das ist nicht einfach! Das ist voll schwer, weil ich nicht weiß, wie groß die Kugel ist! Und... Rüber! Los! Rüber! Hä? Wie machst du das? Mann, du musst deine Kamera ganz nach draußen machen! Ganz nach draußen? Die ist ganz nach draußen! Ich hab's geschafft! Oh, oh! Mann! Odi! Du veräppelst mich! Das ist blöd, Mann! Ich schaff das! Mann! Aua! Odi! Mann, jetzt komm schon, Braxy! Du schaffst das! Odi! Wenn ich nochmal sterbe, verliere ich! Nicht sterben, Braxy! Nicht! Okay! Odi! Sag, wenn ich springen soll! Du schaffst das! Warte, warte! Jetzt! Jetzt! Oh, Mann! Du hast jetzt gesagt, ich hab dir vertraut! Ja, du musst doch auch selber gucken! Okay, ich schaff das! Und jetzt! Okay, ich schaff das! Und jetzt! Sehr schön! Okay! Endlich, Braxy! Was müssen wir jetzt machen? Das ist ein Portal! Was ist das? Ein Portal! Okay, dann lass uns da durchgehen! Oh, bist du dir sicher, Braxy? Ich glaub, das ist kein gutes Portal! Oh! Hier sind überall Knochen! Komm schon! Oh, oh! Odi! Du darfst hier nicht runterfallen! Warte mal, Braxy! Aua! Was denn, Odi? Hier hinten kann man nicht lang! Oh, nein! Das wird richtig schwer! Aua! Und Sprung! Du schaffst das, Odi! Oh, Mann! Das ist unfair! Odi, du Blödmann! Du bist ein Blödmann! Aua! Du bist runtergefallen! Der Clown wird dich jetzt aufessen! Nein! Nein, ich will das nicht! Hm? Das muss wehtun, steht da! Ah, okay! So! So! Ich hab's gleich, Odi! Wie sieht's bei dir aus? Ich komm dir hinterher! Ach, ne! Ich bin wieder runtergefallen! Ah! Ich hab's geschafft, Odi! Hä? Wie das denn? Mit ganz viel Glück! Ich muss jetzt hier rüberlaufen, Odi! Und das ohne dich leider! Tut mir leid! Ah! Gib Gas! Wir müssen hier raus! Oh, oh! Okay! Oh, das ist so warm! Das ist so warm! Oh! Oh! Ich hab's geschafft, Odi! Sehr gut, Brex hier! Darfst du's? Ja, ich schaff's! Okay, sehr gut, Odi! So! Oh! Ich bin da, Brex hier! Das ist gleich richtig schwierig, Odi! Du musst wirklich aufpassen! Na gut! Ja, bist du! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Das ist voll einfach! Hm, warte! Gleich wird's richtig schwierig, Odi! Das sind dünne Rohrstäbchen! Hast du's? Mann, der klettert nicht! Oh, du Blödmann! Okay, Leute! In der Zeit, wo Odi versucht, hier rüberzukommen, würde ich euch bitten, wenn ihr das Video einmal liked, falls ihr das noch nicht geliked habt! Und, äh, falls du auf dem Fernseher schaust... Hi! Ich bin auf deinem Fernseher! Das ist ja voll cool! Okay, und noch eine Sache! Falls du Mini-Brex sie noch nicht kennst, das ist mein eigenes Kuscheltier! Und wenn du ein Mini-Brex sie haben möchtest, dann musst du schnell sein! Der ist super groß! 55 Zentimeter! Und, zu jeder Bestellung gibt es noch eine Autogrammkarte! Also, worauf wartest du? Beeil dich! Sonst sind die alle ausverkauft! Okay, Odi! Schaffst du's endlich? Nein! Was machst du, Blödmann, denn? Mann, das ist voll schwer, du Doofkopf! Wie hast du das geschafft? Mit ganz viel... Oh, ich hab's schon! Mit ganz viel Köpfchen! Das, was du nicht hast! Mann, hier sind voll die dünnen Rohre! Hab ich doch grad gesagt! Außerdem sind das Rohrstäbchen, du Blödmann! Du bist ein Ohrstäbchen, du Blödmann! Udi, wenn du das schaffst, kriegst du 100 Robux von mir! Wirklich? Mhm! Du fällst jetzt wieder runter! Leute, Udi ist so ein Dussel, er schafft das einfach nicht! Würdest du diesen Parcours schaffen? Ich bin echt gespannt! Udi fällt die ganze Zeit da runter! Nein, mach doch einfach weiter, du Blödmann! Okay, ich geh weiter! Hier ist der kleine Junge mit dem Luftballon! Ich frag mal, was der von mir will! Dieses gelbe Feuer wird dich wirklich schnell laufen lassen! Oh, oh, Udi! Oh, oh! Hast du's endlich? Na klar, ich bin gleich da, Brakes, hier! Ich hab dich so ausgedrückt, eigentlich bin ich Profi! Ja, ja, Profi von wegen! Wow, Udi, du musst schnell laufen! Wir sind richtig schnell! Boah, das ist ja mega cool! Ich bin einfach Superflash! Okay, wir haben's gleich, Udi! Hier ist ein Schloss! Oh, oh! Ich bin da! Bist du blöd, Mann? Bist du schon wieder runtergefallen? Ja! Leute, Odi ist schon wieder runtergefallen. So, ein Dussel. Ich laufe mal weiter, Odi. Na gut. Was will der kleine Junge von mir? So. Dieses blaue Feuer wird dich höher springen lassen. Odi, wir können gleich richtig hoch springen. Komm. Ich komme, ich komme, ich komme. Und Sprung. Wow, wie cool. Das ist richtig cool, Brex hier. So, und Sprung. Wir haben es gleich, Odi. Wir sind gleich in Freiheit. Und dann kann uns der böse Killer klauen nichts. Du hast recht, Brex hier. Ah, ach so. Ich muss hier rüber gehen. So, und jetzt da. Darfst du das, Odi? Na klar schaffe ich das. Na, so klar war das eben nicht, du Dussel. Na klar. Hier oben. Ich habe es geschafft. Ich komme, ich komme, ich komme, Brex hier. Nein, hier ist wieder so ein Portal, Odi. Odi, wo bleibst du denn? Mann, das ist voll lange. Ich sehe dich springen. Jetzt musst du hoch. Spring nur hoch. Genau. Sehr gut, Odi. So, wir müssen jetzt. Das macht uns schneller, Brex hier. Das ist doch das gelbe Feuer. Und los. Wow. Und wohin? In den Vulkan rein. Hä? Wir haben es geschafft, Odi. Wir haben es echt geschafft, Brex hier. Oder haben wir es wirklich geschafft? Oh, oh. Nein, das haben wir nicht. Wir müssen da durchgehen. Immer noch gefangen, Brex. Ich will da nicht rein. Mann, wir gehen da jetzt rein. Ah, schnell. Wow. Hä? Oh nein. Wir dürfen die Linien nicht berühren, Odi. Spring. Das ist einfach. Die haben deine Farbe, Odi. Schau mal. Stimmt. Das ist meine Farbe. Aber du bist ein Blödmann. Der Raum wird immer kleiner und kleiner. Hast du das gesehen? Ja, das war voll komisch. Okay. Wow. Das sieht echt komisch aus. Odi, wo bist du? Genau hinter dir. Oh, hier ist eine Tür. Oh, ich bin durch. Ich bin genau vor der Tür. Explodiert wegen dir. Oh, oh, oh. Die hier sind so komische Fallen. Aua. Mann, die hat mich berührt. Wir müssen es schaffen. Odi, schaffst du es? Na klar. Ich komme schon, Brex hier. Ich gehe schon mal weiter. Sag mir, wenn du da bist, Odi. Ja, sofort. Oh, hier ist eine Tür mit einem Fragezeichen. Aua. Oh, oh. Das ist doch gemein. Der blöde Clown hat überall Fallen platziert. So, Leute, wir müssen... Oh, Mann. Ich raste gleich aus. So, wir haben es gleich. Oh, Freunde, das ist echt schwierig. Ich frage mich gerade, ob du das schaffen würdest. So, das wird... Ah. Mann, Odi. Ich bin schon da, Brex hier. Schau mal, wie schwer das wird. Aber du wirst gleich... Aua. Siehst du? Man denkt, du kommst da durch, aber man kommt da nicht durch. Man muss wirklich balanciern. So, ich habe es geschafft, Odi. Sehr gut, Brex, ich komme jetzt auf. Okay, ich gehe schon mal weiter. Wow, was ist das denn? Du musst schnell sein, Odi. Ich komme schon. Mann, das ist echt schwierig. Was ist das denn? Oh, nein. Wir müssen da irgendwie rüberkommen, Odi. Das ist einfach, Brex hier. Okay, los. Ich bin drüben. Und geschafft, Brex, ich warte hier auf dich. Okay, Odi. Und fertig. So. Oh, das war einfach. Was ist das denn? Das ist ein Laufband. Aber wir müssen... Lauf. Lauf, 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 lauf. Warte, Odi. Spring. Wenn du springst, bist du schneller. Okay. Oh, das ist richtig gut, Odi. Warte. Und... Und... Sprung, sprung, sprung. Sehr gut, Odi. Du schaffst das. Oh, nein. Doch, Mann. Hast du es geschafft? Nein, das ist voll schwer. Sprung, 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 sprung. Und... Sprung, 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 sprung. Und... Ich schaffe das. Nein, ich schaffe das nicht. Komm schon, noch einmal. Sprung, sprung, sprung. Ich habe es geschafft, Odi. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Sehr gut, pass auf das Rote auf. Sehr gut. Ich habe es geschafft. Okay. Was ist das denn? Hier, schau mal, eine Achterbahn. Ich glaube, wir sind frei. Och, nee. Sprung auf die Achterbahn und lass uns hier raus. Ja, Odi. Komm schon, Braxy, steig ein. Oh, oh. Und los geht's. Achterbahnfahrt. Das wird richtig cool. Oh, odi nimmt die andere Achterbahn, okay? Ja. Oh, das geht nach unten. Wow. Wow. Wie cool. Das macht voll Spaß, Briggs. Schau mal, unten ist noch der Horrorclown. Oh. Leute, habt ihr den Clown gesehen? Der ist da unten. Oh, oh. Nein, 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 nein. Haben wir es geschafft? Und? Oh, oh. Wow. Aua. Hä? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Odi. Wir haben es geschafft, Braxy. Juhu. Leute, wir haben es geschafft. Das ist ja mega cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und vergesst nicht, meinen besten Freund Odi abzuchecken. Der macht auch coole Roblox-Video. Und bald ist Weihnachten. Das wird richtig cool. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Braxy abonniert. Braxy bitte. Braxy abonniert. Braxy bitte. Braxy abonniert. Braxy bitte. Der Name macht den besten.